Reparatur für eine abgerissene Leitung bei Big Hydraulische Bremse von Makura, wie zum Beispiel hier ist es abgerissen. Man benötigt folgendes Werkzeug, ein scharfes Messerkatter, zwei Spritzen, Torx-Schlüssel Nummer 4, Imbusschlüssel 4, eine Achterschraube, Kopf, also Schlüssel und das Presswerkzeug von Makura. Man beginnt mit dem Achterschlüssel das abgerissene Schraube oder Mutter an der Bremssattel abzuschrauben. Geht es relativ leicht, mit dem Achterschlüssel abschrauben. So, das wird jetzt ersetzt. Dafür benötigen wir das Werkzeug, um das neue oder das alte hier rein zu pressen. Ja?